Frau Permaneda ging die breite Straße entlang. Sie ging in großer Eile. Etwas Aufgelöstes lag in ihrer Haltung und nur flüchtig war mit Schultern und Haupt, die majestätische Würde angedeutet, die sonst auf der Straße ihre Gestalt umgab. Bedrängt, gehetzt und in höchster Eile hatte sie gleichsam nur ein wenig davon zusammengerafft, wie ein geschlagener König den Rest seiner Truppen an sich zieht, um sich mit ihm in die Arme der Flucht zu werfen. Ach, sie sah nicht gut aus. Ihre Oberlippe, diese etwas hervorstehende und gewölbte Oberlippe, die ehemals dazu beigetragen hatte, ihr Gesicht so hübsch zu machen, bebte jetzt, ihre Augen waren angstvoll vergrößert und blickten mit einem exaltierten Zwinkern, gleichsam vorwärts hastend, geradeaus. Ihre Frisur kam sichtlich zerzaust unter dem Kaputthut hervor und ihr Antlitz zeigte jene mattgelbliche Färbung, die es annahm, wenn der Zustand ihres Magens sich verschlechterte. Ja, es stand schlecht um ihren Magen in dieser Zeit. An den Donnerstagen konnte die gesamte Familie die Verschlimmerung beobachten. Wie man die Klippe zu vermeiden suchte, das Gespräch strandete an dem Prozess Hugo Weinschenks. Frau Permaneder selbst führte es unwiderstehlich darauf zu. Und dann begann sie zu fragen, Gott und alle Welt furchtbar erregt, um Antwort anzugehen, wie es möglich sei, dass Staatsanwalt Moritz Hagenström nachts ruhig schlafen könne. Sie begriff es nicht. Sie würde es niemals fassen. Und dabei wuchs ihre Aufregung bei jedem Worte. Ich danke, ich esse nichts, sagte sie und schob alles von sich, indem sie die Schultern erhob, den Kopf zurücklegte und sich einsam auf die Höhe ihrer Entrüstung zurückzog, um nichts als Bier zu sich zu nehmen, ein kaltes bayerisches Bier, das sie seit der Zeit ihrer Münchner Ehe zu trinken gewöhnt war, in ihren leeren Magen hinabzugießen, dessen Nerven in Aufruhr waren und der sich bitter rächte. Denn gegen Ende der Mahlzeit mußte sie sich erheben, in den Garten oder den Hof hinuntergehen und dort gestützt auf Ida Jungmann oder Rieckchen Severin die fürchterlichsten Übelkeiten erdulden. Ihr Magen entledigte sich seines Inhalts und fuhr dann fort, sich qualvoll zusammenzuziehen, um in diesem Krampfzustande minutenlang zu verharren. Unfähig, noch etwas von sich zu geben, wirkte und litt sie so lange Zeit. Es war etwa drei Uhr nachmittags, ein windiger, regnerischer Januartag. Als Frau Permaneda zur Ecke der Fischergrube gelangt war, bug sie ein und eilte die abschüssige Straße hinunter und in das Haus ihres Brudes. Nach hastigem Klopfen trat sie vom Flur aus in das Kontor, ließ ihren Blick über die Pulte hin zu dem Fensterplatz des Senators fliegen und machte eine so bittende Kopfbewegung, dass Thomas Buddenbrock unverzüglich die Feder beiseite legte und ihr entgegenging. Nun, fragte er, indem er eine Braue emporzog, einen Augenblick, Thomas, etwas Dringendes, es duldet keinen Aufschub. Er öffnete ihr die gepolsterte Tür zu seinem Privatbüro, zog sie hinter sich zu, als sie beide eingetreten waren und sah seine Schwester fragend an. »Tom«, sagte sie mit wankender Stimme und rang die Hände in ihrem Pelzmuff, »du musst es hergeben, vorläufig auslegen, du musst sie bitte stellen, die Kaution. Wir haben sie nicht, woher sollen wir jetzt 25.000 Kurantmark nehmen? Du wirst sie voll und ganz zurückbekommen. Ach wohl, nur sobald du verstehst, es ist eingetreten, dass kurz der Prozess ist auf dem Punkt, dass Hagenström sofortige Verhaftung oder eine Kaution von 25.000 Kurantenmark beantragt hat und Weinschenk gibt dir sein Ehrenwort, an Ort und Stelle zu bleiben. Ist es wirklich so weit gekommen?«, sagte der Senator kopfschüttelnd. »Ja, dahin haben sie es gebracht, die Schurken, die Elenden.« Und mit einem Aufschluchzen ohnmächtigen Zornes sank Frau Permaneda in den mit Wachstuch überzogenen Sessel, der neben ihr stand. »Und Sie werden es noch weiterbringen, Tom, Sie werden es bis ans Ende führen.« »Tony«, sagte er und setzte sich schräg vor den Mahagoni-Schreibtisch, schlug ein Bein über das andere und stützte den Kopf in die Hand. »Sprich aufrichtig.« »Glaubst du noch an seine Unschuld?« Sie schluchzte ein paar Mal und antwortete dann leise und verzweifelt. »Ach nein, Tom, wie könnte ich das wohl? Gerade ich, die so viel Böses erleben musste, ich habe es von Anfang an nicht recht gekommt, obgleich ich mich so ehrlich bemüht habe. Das Leben, weißt du, macht es einem so furchtbar schwer, an die Unschuldirgter des Menschen zu glauben. Ach nein, mich haben schon seit langem Zweifel an seinem guten Gewissen gequält. Und Erika selbst, sie ist irre an ihm geworden. Sie hat es mir mit Weinen gestanden, irre an ihm geworden durch sein Betragen zu Hause. Wir haben natürlich geschwiegen. Seine Außenseite wurde immer rauer. Und dabei verlangte er immer strenger, dass Erika heiter sei und seine Sorgen zerstreuen sollte und zerschlug Geschirr, wenn sie ernst war. Du weißt nicht, wie es war, wenn er sich spätabends noch stundenlang mit seinen Akten einschloss. Und wenn man klopfte, so hörte man, wie er aufsprang und rief. Wer ist da? Was ist da? Sie schwiegen. Aber möge er doch schuldig sein, möge er sich doch vergangen haben, begann Frau Permanete aufs Neue und hierbei schwoll ihre Stimme an. Er hat nicht für seine Tasche gearbeitet, sondern für die der Gesellschaft. Und dann, Herr, du mein Gott, es gibt doch Rücksichten zu beobachten in diesem Leben, Tom. Er hat nun einmal in unsere Familie hineingeheiratet. Er gehört nun einmal zu uns. Man kann einen von uns doch nicht ins Gefängnis sperren, grundgütiger Himmel. Er zuckte die Achseln. Du zuckst die Achseln, Tom. Du bist also willens, es zu dulden, es hinzunehmen, dass dieses Geschmeiß sich erfrecht, der Sache die Krone aufzusetzen? Man muss doch irgendetwas tun. Er darf doch nicht verurteilt werden. Du bist doch des Bürgermeisters rechte Hand. Mein Gott, kann der Senat ihn denn nicht sofort begnadigen? Ich will dir sagen, eben bevor ich zu dir kam, war ich ihm Begriffe, zu Krämer zu gehen und ihn auf alle Weise anzuflehen. Er möge intervenieren, möge in die Sache eingreifen. Er ist Polizeichef. O Kind, was für Torheiten! Torheitenturm! Und Erika? Und das Kind? sagte sie und hob ihm flehend den Muff entgegen, in dem ihre beiden Hände steckten. Dann schwieg sie einen Augenblick und ließ die Arme sinken. Ihr Mund verbreiterte sich, ihr Kinn, das sich kraus zusammenzog, geriet in zitternde Bewegung, und während unter ihren gesenkten Lidern zwei große Tränen hervorquollen, fügte sie ganz leise hinzu. Und ich? O Toni, Courage! sagte der Senator. Und gerührt und ergriffen von ihrer Hilflosigkeit, rückte er ihr nahe, um ihr tröstend das Haar zurückzustreichen. Noch ist nicht aller Tage Abend, noch ist er ja nicht verurteilt. Es kann ja alles gut gehen. Jetzt stelle ich erst einmal die Kaution. Ich sage natürlich nicht Nein dazu. Und dann ist Breslauer ja ein schlauer Mensch. Sie schüttelte weinend den Kopf. Nein, Tom. Es wird nicht gut gehen. Ich glaube nicht daran. Sie werden ihn verurteilen und einstecken. Und dann kommt eine schwere Zeit für Erika und das Kind und mich. Ihre Mitgift ist nicht mehr da. Sie steckt in der Ausstattung, in den Möbeln und in Bildern. Und beim Verkaufe bekommt man kaum ein Viertel heraus. Und das Gehalt haben wir immer verbraucht. Weinschenk hat nichts zurückgelegt. Wir werden wieder zur Mutter ziehen, wenn sie es erlaubt, bis er wieder auf freiem Fuß ist. Und dann wird es beinahe noch schlimmer. Denn wohin dann mit ihm und uns? Wir können einfach auf den Steinen sitzen, sagte sie schluchzend. Auf den Steinen? Na ja, das ist eine Redewendung. Eine bildliche? Ach nein, es wird nicht gut gehen. Auf mich ist zu vieles herabgekommen. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Aber ich kann nicht mehr hoffen. Nun wird es Erika ergehen, wie es mir mit grünlich und permanent ergangen ist. Aber jetzt kannst du es sehen. Jetzt kannst du es aus nächster Nähe beurteilen, wie es ist, wie es kommt, wie es über einen hereinbricht. Kann man nun etwas dafür? Tom, ich bitte dich, kann man nun etwas dafür? Wiederholte sie und nickte ihm trostlos fragend mit großen Tränen vollen Augen zu. Alles ist fehlgeschlagen und hat sich zum Unglück gewandt, was ich unternommen habe. Und ich habe so gute Absichten gehabt, Gott weiß es. Und ich habe immer so innig gewünscht, es zu etwas zu bringen im Leben und ein bisschen Ehre einzulegen. Nun bricht auch dies zusammen. So muss es enden. Das Letzte. Und an seinen Arm gelehnt, den er besänftigend um sie gelegt hatte, weint es sie über ihr verfehltes Leben, in dem nun die letzten Hoffnungen erloschen waren. Eine Woche später war es Direktor Hugo Weinschenk zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und einem halben verurteilt und sofort in Haft genommen. Der Andrang zu der Sitzung, welche die Plädoyers gebracht hatte, war sehr groß gewesen. Und Rechtsanwalt Dr. Breslauer aus Berlin hatte geredet, wie man niemals an den Menschen hatte reden hören. Der Makler Sigismund Gosch ging wochenlang zischend vor Begeisterung über diese Ironie, dieses Pathos, diese Rührung umher. Und Christian Buddenbrook, der ebenfalls zugegen gewesen war, stellte sich im Club hinter einen Tisch, legte ein Paket Zeitungen als Akten vor sich hin, und lieferte eine vollendete Kopie des Verteidigers. Übrigens erklärte er zu Hause, die Jurisprudenz sei der schönste Beruf. Ja, das wäre ein Beruf für ihn gewesen. Selbst Staatsanwalt Dr. Hagenström, der ja ein Schöngeist war, tat private Äußerungen, die dahin gingen, dass Breslauers Rede ihm einen wirklichen Genuss bereitet habe. Aber das Talent des berühmten Advokaten hatte nicht gehindert, dass die Juristen der Stadt ihm auf die Schulter geklopft und ihm in aller Bonhomie mitgeteilt hatten, sie ließen sich nichts weismachen. Dann, nachdem die Verkäufe, die nach des Direktors verschwinden, notwendig wurden, beendet waren, begann man in der Stadt, Hugo Weinschenk zu vergessen. Aber die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße bekannten nun donnerstags an der Familientafel sofort, beim ersten Anblicke dieses Mannes, hätten sie es ihm an den Augen angesehen, dass mit ihm nicht alles in Ordnung sei, dass sein Charakter voller Makel sein müsse und dass es kein gutes Ende mit ihm nehmen werde. Rücksichten, die nicht lieber außer Acht gelassen zu haben, sie jetzt bedauerten, hätten sie veranlaßt, über diese traurige Erkenntnis stillschweigend zu beobachten.